Könnte pflanzliche Ernährung bald schon zu einem Tagesordnungspunkt im Bundeskanzleramt werden? Wenn es nach uns geht, auf jeden Fall. Denn wir glauben fest daran, dass der Weg zu einer nachhaltigeren Zukunft über unsere Ernährung führt. Hast du schon gehört? Die Küche des Kanzlerbüros sucht Verstärkung. Aber Moment mal, warum sollte uns das eigentlich interessieren? Weil wir daran glauben, dass unsere Ernährung nicht nur unser Wohlbefinden beeinflusst, sondern auch eine starke Botschaft aussenden kann. Und diese Botschaft ist klar. Unsere Zukunft ist pflanzlich. Also, egal ob du professionell kochst oder nur die pflanzliche Küche liebst, jetzt ist deine Chance, einen Unterschied zu machen. Also, spread the word!